hallo leute hier ufoman lp mal mit seinem ersten tutorial und zwar habe ich da eine sache entdeckt die ich doch extrem interessant finde für vor allen dingen auch für minecraft let's player aber auch für minecraft let's let's spieler sozusagen und zwar mc map das ist ein kleines programm womit ihr im prinzip eine kleine map erstellen könnt die komplett eure welt darstellt hier sieht man mal so ein paar screenshots von dem teil und das ding ist richtig genial ja ich habe euch den link mal in die video beschreibung unten rein getan wie ihr dahin kommt und jetzt geht hier runter und sucht euch aus das programm für die 32 rechner bit version oder die 64 bit version ich mache jetzt hier mal nur die windows variante das ganze ding ladet ihr euch runter anklicken kennt man ja dann speichert ihr das in euren ordner ab jo und wenn ihr dann diese datei entpackt habt mit winra oder win7 wie ihr wollt dann habt ihr zwei dateien in diesem ordner drin einmal mcmap und einmal mcguy und mcguy ist eure anwendung die öffnet ihr doppelklick dann habt ihr schon dieses programm also da wird nichts installiert und so weiter gar nichts das ist dann gleich da nach dem öffnen hier oben sind sofort die safes eure safes drin hier sieht man meine oder ihr habt den safe custom woanders abgelegt in einem extra ordner dann greift ihr auf diesen ordner dazu ich nehme jetzt einfach ganz frech von mir aber nicht von meiner let's play welt sondern ich nehme mal meine planet x das ist meine anfangs test welt die ich hatte hier kann man die bestimmte koordinaten einstellen das lasse ich mal weg ich sage er soll die ganze welt machen hier kann man einstellen möchte man eine tag karte eine nacht karte oder eine karte vom untergrund da muss man ein bisschen rumfummeln möchte ich aber nicht machen ich will nicht schieten ich will gar nicht wissen was da mehr im hier unten ist also ich mache eine daytime karte von dem spielstand planet x die gesamte welt was muss ich machen jetzt könnte ich hier damit schneller geht das memory limit höher stellen brauche ich nicht ist okay so jetzt drücke ich nur noch einfach auf start jetzt checkt er das alles jetzt hat er das ganze ding als png datei abgespeichert schließe ich mal wieder in demselben ordner als png sie wird immer output genannt die kann ich mir jetzt umbenennen sagen wir mal planet x karte fertig jetzt gucken wir uns das ding mal an es ist echt abgefahren jetzt hat er hier diesen ganzen diese ganze karte schon mal generiert gucken wir mal da hatte ich schon ein paar sachen gebaut genau wenn wir jetzt hier rein so um es ist ein bisschen grob aber völlig ausreichend dass diese hütte die ich gebaut hatte dann hatte ich hier noch eine zwischenhütte gebaut da hatte ich hier irgendwo hier oben auf einem berg drauf noch was gebaut da sieht man das weizenfeld alles so ein bisschen schematisch aber ihr seht schon man sieht die ganze landschaft die man erkundet hat in einem bestimmten bereich schon kann sie überall ranzoomen man kann auch da noch hier zum beispiel tempel oder mpc dörfer darüber entdecken wenn man das dann möchte aber das coole was ich euch jetzt noch zeigen wollte es wird jetzt ein ziemlich ziemlich langes tutorial ihr wisst ja schon wie es geht wer nicht mehr will kann weg mein lieblings fotobearbeitungsprogramm die meisten haben ja photoshop ich habe seit vor jahren von photoshop auf foto impact umgestiegen jetzt öffne ich mal diese datei mit meinem foto impact bearbeitungsprogramm ein uraltes teil von vor jahren ist aber ausreichend für mich haben wir es jetzt drin jetzt könnt ihr natürlich nach belieben hier in hintergrund eine datei einfügen zum beispiel ich habe bei meiner karte ein großes meer hinten eingefügt alles einbinden mal machen macht er das hier doch hat er gemacht so jetzt habe ich mal hier eine datei mit der ich auch arbeiten kann jetzt zoome ich hier mal ran ist ja beim photoshop alles so ähnlich jetzt kann ich mit meinem schrift tool jetzt hier rüber schreiben zum beispiel hauptstadt hauptstadt das könnte ich mit meinem linientool hier zum beispiel eine linie machen zu dem ding hier das könnte irgendwas keine ahnung die einfälle die einfühler die werdet ihr schon haben gehe ich nochmal auf schrift und benenne das ding hier ihr wisst schon in welche richtung das geht was man damit machen kann haus das ganze abspeichern als jpg und schon habt ihr eine super geile große karte egal wie viel ihr schon gebaut habt oder wie wenig ihr gebaut habt die ihr dann auch in eurem let's play präsentieren könnt das war's schon mit diesem tutorial mal ausnahmsweise ich weiß nicht ob ich noch mehr tutorials machen werde aber das wollte ich euch einfach mal mitteilen ich weiß dass bei meinen abonnenten auch ein paar let's player dabei sind das könnte die interessieren wir wollen uns ja auch gegenseitig helfen ja vielleicht kennt ihr das alles schon Euer Ufo-Mann sagt auf Wihö.